Hallo und herzlich willkommen bei diesem kurzen Video. Ich bin gerade dabei, meine Weekly Check-In-Übersicht zu gestalten für den Monat Dezember. Ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar alle vier Wochen auf einer Seite plus ein No-Spend-Days-Bereich und In-and-Out. Das heißt, was kommt in den Monat rein ins Haus und was geht raus. Lebensmittel zählen aber nicht dazu. Gut, warum ich eigentlich dieses Video drehe, ist, weil mir ein Videoformat in den Kopf gekommen ist. Und zwar wird es euch interessieren, mich dabei zu begleiten, wie ich mein Menü für die Woche plane. Dann dafür einkaufen gehe. Und ein Rezept aus diesen Menüs für euch oder mit euch zusammen koche. Wenn ja, wäre es super toll. Wenn nein, gebt mir aber bitte auch in den Kommentaren Bescheid, dass ich einfach weiß, ob es sowas für euch ist oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Sollte es euch nicht interessieren, mache ich es einfach privat für mich. Sollte es was für euch sein, würde es mich riesig freuen, wenn ihr mir Bescheid sagt. So, ich freue mich auf euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.